Und ein Sturm zieht auf, die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Ich kann sprechen. Ich kann junglieren. Nein, kann ich nicht. Vermisst hier jemand einen Schneemann? Ich war wohl etwas übermütig. Kommst du für die Sauna? Hallo, zlauschiger Bärenmensch. Was brauchst du? Irgendwie mich selbst. Ich finde, ich sehe aus wie ein Fernando. Oder ein Theodor. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Jetzt muss ich nur noch meinen Namen finden. Pupelo! Zusammenbleiben, ich habe meinen Körper wieder. Ich habe so etwas wie eine kleine Identitätskrise. Glaube ich. Ich habe so etwas wie eine kleine Identitätskrise. Ich habe so etwas wie eine kleine Identitätskrise. Ich habe so etwas wie eine kleine Identitätskrise.